Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem heutigen Workshop. Wir konnten zum Thema Humusaufbau den Professor Hülsbergen gewinnen. Wir freuen uns ganz toll, dass er hier im Landkreis nicht den ersten Vortrag hält, sondern schon mehrmals hier war. Wir hoffen, dass auch ein Projekt zustande kommt, wo letztendlich den Nährstoffeintrag ins Grundwasser geht. Ein Forschungsprojekt, das im Bereich Burghausen, Burgkirchen, im landwirtschaftlichen Bereich starten soll, sofern wir denn diese Fördergelder beim entsprechenden Ministerium locker machen können. Und ja, wir sind da aber guter Dinge, dass das Projekt zustande kommt. Und heute Thema Humusaufbau, Professor Hülsbergen, bitteschön. Geht das eigentlich? Eins, zwei. Hören Sie mich? Ja, gut. Also meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Das Thema soll heute sein Humus, aber bevor wir einsteigen in die Problematik, möchte ich mich doch ein bisschen vorstellen. Also ich komme von der Technischen Universität München und ich leite seit nunmehr fast 16 Jahren, die Zeit vergeht, den Lehrstuhl für ökologische Landbau- und Pflanzenbausysteme. Und der Dienstsitz ist nicht München, sondern ist Reising-Wein-Stefan. Der Lehrstuhl ist groß. Wir haben 30 bis 40 Mitarbeiter, immer die meisten über Projekte. Wir arbeiten sehr viel experimentell, das werde ich Ihnen heute auch vorstellen, aus unseren Versuchstätigkeiten. Wir haben eigene Forschungsstationen. Was wir aber auch gerne machen, und das wäre eben dieses angekündigte Projekt, wir gehen eben auch hinaus in die landwirtschaftliche Praxis. Wir arbeiten viel mit Betrieben zusammen und in Regionen. Und ein Megathema, was wir bearbeiten, neben Biodiversität, Boden und Humus, ist die angesprochene Problematik Trinkwasserschutz, Nitrat. Und die steht ja auch relativ scharf in der Region Burghausen, Burgkirchen. Und ich hoffe, dass dieses Projekt dort demnächst zustande kommt. Also wir stehen in den Startlöchern, aber es hängt wie immer im Leben auch ein bisschen am Bild. Gut, Humus, das Thema. Ich möchte Humus besprechen im Hinblick auf Bodenfruchtbarkeit und Ertrag. Das machen wir schon seit 20 Jahren, kann man sagen. Und seit einigen Jahren mehr und mehr in den Vordergrund rückt der Zusammenhang zum Klimaschutz. Den möchte ich heute herausarbeiten. Ich will mir sagen, das ist ein gemischtes Publikum. Wir haben Fachleute hier aus der Landwirtschaft selbst. Wir haben interessierte Bürger, die sich auch für dieses Thema vielleicht erwerben können. Es könnte sein, dass ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal zu sehr in die Details gehe. Aber da haben Sie Gelegenheit. Ich werde rechtzeitig aufhören, dass Sie auch diskutieren können. Da soll ja ein Workshop-Charakter auch entstehen. Sie können also anschließend noch Fragen stellen und mitdiskutieren. Ich habe mir folgende Wiederhörungen überlegt. Ich werde ein bisschen was sagen zur Problemstellung. Dann mal definieren, was Humus überhaupt ist. Welcher Zusammenhang da besteht zur Bodenfruchtbarkeit, zur Ertragsbildung im Pflanzenbau. Dann Kohlenstoffspeicherung, Klimaschutz. Und wir wollen auch die Frage beleuchten, wenn Humus so wichtig ist, welche praktischen Möglichkeiten und Maßnahmen stehen zur Verfügung, um auf die Humusdynamik in Böden Einfluss zu nehmen. Aber wir beginnen noch mal ganz einfach. Wie immer, wenn Wissenschaftler auftreten, auch vor Studierenden, geht es um Definitionen. Es gibt sehr unterschiedliche Definitionen für Humus. Mal enger, mal etwas weiter. Ich habe Ihnen mal diese mitgebracht. Demnach ist Humus die in oder auf dem Boden befindliche, abgestorbene organische Substanz. Und die liegt dann nicht so tot in dem Boden rum, sondern die unterliegt eben diversen Umsetzungsprozessen, Mineralisierungsprozessen, Aufbauprozessen. Das Ganze ist also auch im Fluss. Und es gibt ganz unterschiedliche auch Labormethoden, wie man Humus bestimmen kann, von der Humuschemie, von den Eigenschaften. Eines der allereinfachsten Verfahren, das wir auch im Jahr tausendfach anwenden in unserem Labor, das ist die Bestimmung des Kohlenstoffgehalts in den Böden. Weil wir wissen, dass in unseren Mineralböden ungefähr so, dass wir knapp 60%, 58% ist der Kohlenstoffgehalt im Humus. Das heißt, wenn wir den organischen Kohlenstoff bestimmen, können wir mit dem Faktor 1,72 auf Humus umrechnen. So, wie viel Humus enthalten denn unsere Böden oder wie viel Kohlenstoff? Gehen wir mal von einem ganz einfachen Rechenbeispiel aus. Gehen wir mal davon aus, im Mineralboden befindet sich 1% Kohlenstoff. Das ist nicht sehr viel, ist aber auch nicht sehr wenig. Wir fühlen viele Böden tatsächlich typisch. Und wenn wir nur mal den sogenannten AP-Horizont betrachten, den Flügehorizont, die oberen 30 cm, dann sind das umgerechnet, sage und schreibe, vor allem Hektar, 10.000 Quadratmeter, sind 45 Tonnen Kohlenstoff, 80 Tonnen, knapp 80 Tonnen Humus. Es kann aber auch sein, auf besseren Böden, dass es das X-Fache dessen ist. Also wir merken daran, der Boden ist ein Speicher, auch nicht nur von organischer Substanz, sondern letztlich auch von organischem Kohlenstoff. Ein ganz wichtiger Faktor dabei, neben dem Kohlenstoff, ist der Stickstoff. Und wir haben hier charakteristische Verhältnisse, Beziehungen zwischen Kohlenstoff und Stickstoff. Und hier habe ich mal eine einfache Rechnung angestellt. Wir gehen mal davon aus, dass das Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff in dieser organischen Substanz 10 zu 1 ist. Das kann auch mal ein bisschen weiter sein, aber so ist es in den meisten Böden. Denn es ist eine enorme Menge, 4.500 Kilogramm Stickstoff. Mal eine Vergleichszahl dazu. Was nimmt einen Pflanzenbestand auf an Stickstoff in einem Jahr für die Ertragsbildung? Das können sein 50, 100 im Hochertragsbereich, vielleicht auch mal 200 Kilogramm Stickstoff, eine Ernte. Das heißt, das, was dort gespeichert ist, das reicht für viele, viele Ernten. Und wir haben eben auch Böden, das sind nicht 4.000, sondern 10.000, 12.000, 15 Kilogramm Stickstoff da drin enthalten und andere Pflanzen, Nährstoffe auch. Jetzt schauen wir mal auf ein Ergebnis aus einem Feldexperiment. Wie gesagt, wir arbeiten sehr viel experimentell. Und das ist hier, müssen wir Bayern mal verlassen, Seehausen ist ein Standort in der Nähe von Leipzig. Da habe ich früher gearbeitet, das war einer unserer schönsten Versuche. Und dieser Versuch lief über 30 Jahre. So lange muss man manchmal arbeiten, um was gescheit herauszukriegen zur Humusdynamik. Also wir brauchen hier den Langzeitcharakter, die Langzeiteffekte. Und es ist eigentlich ganz leicht erklärbar, was hier passiert ist. Und zwar das, was ich Ihnen hier zeige nach 30 Jahren, das ist das, was eine Landwirtsgeneration erreichen kann, im Positiven wie im Negativen. Und zwar war es so, die Fläche war zu Versuchsbeginn vollkommen homogen. Also so homogen sie nur sein kann. Und der Ausgangswert war hier in der Mitte, das war ungefähr hier so, das war der Ausgangswert ungefähr 1100 beziehungsweise 1,1 umgerechnet Prozent Kohlenstoff. Und durch eine humusfreundliche Bewirtschaftung war man in der Lage, diesen Wert anzuheben von 1,1 auf ungefähr 1,5. Das ist das, was man schaffen kann. Was war hier maßgebend in diesem Versuch? Die organische Düngung. Hier hat man sehr qualitativ hochwertige organische Dünger eingesetzt. In dem Fall war es ein Stallmist. Es gibt auch andere organische Dünger, es war ein Stallmist. Und das ist das, was man positiv erreichen kann. Und hier ist das andere Szenario, ohne organische Düngung, das Stroh noch verkauft, also auch keine pflanzlichen organischen Dünger eingesetzt, nur mineralisch gedüngt oder gar nicht gedüngt. Und dann sinkt der Wert eben von dem Ausgangswert hier runter, ungefähr auf 0,7. Also das ist das, was man im Positiven oder Negativen in etwa im Pflanzenbau erreichen kann. Es kommt also, das ist schon ein wichtiger Hinweis, es kommt darauf an, was wir machen. Wir können die Humusgehalte steigern, wir können sie aber auch reduzieren. Worauf ich hier noch hinaus möchte, ist die Beziehung. Wir sehen hier die Beziehung zwischen dem Kohlenstoff und dem Stickstoff. Wie ich das eben schon sagte, die ist außerordentlich eng. Und ein Maß dafür, jetzt wird sich nicht jeder von Ihnen mit Statistik befassen, deswegen möchte ich es ganz kurz erläutern, ein Maß dafür ist dieses Bestimmtheitsmaß. Das ist hier ein sehr hoher Wert, 0,98 hochsignifikant. Der Wert wäre 1, wenn diese Punkte alle auf dieser Linie liegen würden. Was sind das für Punkte? Die Punkte sind 64 Messparzellen, so viel hatte der Versuch. Man wäre die Beziehung 1, dann würden die Punkte genau auf der Linie liegen. Es ist aber Natur und Freiland, deswegen gibt es hier eine Variabilität. Und 0,98 bedeutet, die Beziehung ist sehr, sehr eng. Also je höher dieser Wert, umso besser. Gäbe es gar keine Beziehung, werden die hier wild und zufällig verteilt, dann wäre dieser Wert 0. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, dass mit steigenden Werten die anderen Werte sinken, dann wäre die Beziehung minus 1. Das möchte ich bloß vorweg schicken, weil in der nächsten Darstellung da sind wir noch in dem gleichen Versuch und ich könnte Ihnen jetzt ganz viele solche Grafiken zeigen, ich möchte es aber mal abkürzen, deswegen zeige ich Ihnen hier nur diese Bestimmtheitsmaße. Und wir gehen das mal jetzt die einzelnen Parameter durch. Also hier haben wir wieder den Kohlenstoff und der steht hier in Beziehung zu einer Kohlenstofffraktion, das ist der heißwasserlösliche Kohlenstoff. Und den betrachtet man als den umsetzbaren, das ist die mobile Fraktion, früher nannte man das den Nährhumus, also der, der sich umsetzt und dabei Pflanzen Nährstoffe freigibt. Also eine enge Beziehung. Hier ist der NT, das ist der heißwasserlösliche Stickstoff. Das ist der mineralische Stickstoff, den wir in den Böden auch bestimmen. Jetzt im zeitigen Frühjahr machen das. Viele Landwirte bestimmen den N-Min und das sehen wir, steht alles in Beziehung. Also erstes Zwischenfazit, ganz viele bodenschämische Parameter stehen in Beziehung zum Humus, also insofern ist Humus und Kohlenstoff ein Leitparameter. Jetzt gehen wir aber noch weiter. Hier sind wir jetzt im Bereich der Bodenbiologie. Das ist eine Enzymaktivität, das ist der mikrobielle Kohlenstoff, der steht also auch damit in Beziehung. Also das ganze Bodenleben wird angeregt, wenn man mehr Humus hat, wenn man mehr Kohlenstoff hat, ist die Bodenbiologie besser intakt und jetzt kommen sogar die Regenwürmer. Da erzähle ich immer diese kleine Story, meine Frau ist eine Regenwurmforscherin. Und ich wusste, dass sie sich da gut mit der Analytik auskennt. Und dann haben wir hier versucht, auf diesen Versuchsparzellen, ich muss dazu sagen, wir sind eigentlich nur wenige Quadratmeter groß. Mir war vorher auch nicht hundertprozentig klaubt, wenn wir überhaupt Unterschiede finden könnten. Aber tatsächlich ist es so, dass es die Regenwürmer auch dorthin zieht, wo viel organische Substanz ist, aber die Beziehung ist hier natürlich nicht so eng. Jetzt kommen wir zur Bodenphysik. Das ist für die Landwirtschaft unheimlich wichtig. Sehr richtig. Bodenphysik heißt, wie sieht der Boden aus, auch optisch, wie ist das Bodengefüge. Umgangssparlich nennt man das Bodenstruktur. Und hier haben wir einen Parameter, das ist die Trockenrode-Dichte. Und hier haben wir jetzt mal den Fall mit dem negativen Bezug. Das heißt, je mehr Humus da ist, umso geringer ist die Dichte des Bodens, umso lockerer lagert der Boden. Er hat bessere bodenphysikalische Eigenschaften, er hat ein größeres Bohrenvolumen und das bedeutet, dass, wenn es ein Niederschlagsereignis gibt, dann meine ich jetzt nicht so einen leichten Mieselregen, sondern ein Starkregen, das passiert ja bei uns sehr häufig im Mai, im Juni, da gibt es plötzlich immer 30 mm usw. Niederschlag, dann wird ein solcher Boden, das Niederschlagswasser, der viel besser auf Niederschlag ist, als ein Boden, der nicht gut Humus versorgt ist. So, wie sieht es denn aus in der Realität? Das ist jetzt kein Versuch, sondern was wir hier sehen, ist ein Praxisschlag, ein größeres Feld, 10,5 Hektar groß und hier möchte ich Sie mal konfrontieren mit der, wir nennen das, räumlichen Variabilität. Man denkt immer, wenn man vor dem Feld steht, ist alles irgendwie gleich oder es ist überhaupt nicht gleich. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. An jeder Ecke haben Sie hier einen anderen Wert. Hier haben Sie viel Kohlenstoff und hier haben Sie wenig Kohlenstoff. Der Grund dafür in diesem Fall, ich weiß, woran es liegen, ist, dass hier mehr sandiger Boden ist, hier ist mehr toniger Boden, das ist der Hintergrund. Jetzt schauen wir uns das mal an. Kohlenstoff, Stickstoff. Also wir können das auch in der Natur, in unseren Böden finden, nicht nur in den Experimenten. Also auf diesem Feld haben wir genau da, wo es viel Kohlenstoff gibt, haben wir viel Gesamtstickstoff. T steht für total, das ist der gesamte Stickstoff. Und wenn wir dann weiter schauen, das sind ja schon ältere Untersuchungen, N-Min, das ist zu Vegetationsbeginn, wir zu Februar, März in dieser Zeit, bevor man dünkt, möchte man wissen, wie viel mineralischer Stickstoff ist in Polen. Das ist also nur eine kleine Fraktion dessen, mineralischer Stickstoff, das ist Ammonium und Nitrat. Das nehmen die Pflanzen auf und da, wo man eben viel Kohlenstoff hat, viel Stickstoff hat, dort hat man auch viel in Minden und hier hat man entsprechend weniger. Und das ist ein Riesenunterschied. Das ist auf den Landtoren nicht immer klar, wie groß die Unterschiede sind innerhalb von einem Brecher. Das geht hier von 25 Kilogramm und das ist ein enormer Unterschied. Und wenn man sich dann das Pflanzenwachstum anschaut, ist es klar, hier ist das Pflanzenwachstum gut, hier hat man dichter Bestände und hier hat man müde, aber Bestände, sogar die Ackerbegleitflora ist hier unterschiedlich verteilt. Gut, man kann mal sagen, grau ist eine Theorie, viele Zahlen, viele Fakten. Was man auch machen kann, ist das, was ich Ihnen hier zeige. Das ist ein Blick auf Versuchspartzellen, das ist ein weltberühmter Versuch. Das ist der sogenannte Dockversuch in der Schweiz. Und zwar ist hier dieses Bild geschossen worden nach 21 Jahren Versuchsdurchführung. 21 Jahre ergeben sich dadurch, dass hier die Fruchtfolge siebenjährig ist, bei dem umgelaufen 21 Jahre. Links ist das eine biologisch-thematische Variante und die zeichnet sich dadurch aus, dass man dort sehr viel Steinmestkompus eingesetzt hat, einen sehr gefährlichen organischen Dünner. Das ist eine konventionelle Variante, die hätte man auf Organschränkungen von sich von mineralischen Dünner. Und Sie können jetzt, wenn Sie da ausschauen, ich glaube, das Bild ist gut genug, sehen Sie mit großem Auge, dass Sie hier, die Parzellen sind genau nebeneinander, dass Sie hier eine ganz andere Situation haben als hier. Hier sieht man ganz viele Poren, von den Regenwürmern, den Tiefgräbern, hier, schauen Sie mal, hier gibt es neben dem Weizen, gibt es auch noch ein bisschen die Gleitflora, hier ist der Acker ansonsten clean. Was aber hier der eigentliche Taktpunkt ist, der Boden neigt hier zur Verschlemmung. Und der Boden, dort ist er auch ein bisschen geneigt, wie wir es hier auch deutlich haben, in Kärzerienland und so weiter. Stellen Sie sich vor, jetzt gibt es einen Regenguss. Hier wird das Wasser sehr schön versickert im Boden, infiltrieren, und hier haben Sie Probleme, hier wird das Wasser oberflächlich abfließen. Also Sie werden, das ist vorgezeichnet eigentlich, dass Sie hier mit Erosion Probleme haben. Und das wollte ich Ihnen klar machen, als Zwischenfazit, Humus ist Ihnen natürlich für Bodenfruchtbarkeit. Und natürlich, was den Landwirten auch interessieren muss, ist immer der Ertrag, es geht nicht immer um den maximalen Ertrag, aber es geht schon um Ertragswirkung, weil von einem Ertrag hängt jetzt auch mit die Ökonomie der Tiefgräume ab. Und das ist auch ein älterer Versuch, das hat ein guter Kollege von mir, der Günter Leiter, der hat das untersucht, ich war auch mit dabei. Und wir haben hier durch langjähriges Experimenter, haben wir in den Böden unterschiedliche Humusgehalte eingestellt, dafür ist Kohlenstoff, SOC, Säubergenikam, das ist der Kohlenstoff. Wir haben also durch unterschiedliche Bewirtschaftung unterschiedliche Humusgehalte dort eingestellt, und siehe da, der Ertrag ist davon, in diesem Fall linear sogar abhängig. Und wenn man jetzt aber Mineraldinger dazu gibt, dann gibt es den Zusammenhang auch noch, er ist aber schlechter ausgeprägt. Das heißt, auf Standorten, wo man ökologische Landwirtschaft macht, zum Beispiel die ökologische Landwirtschaft, generell ist man der Humusversorgung sogar noch stärker abhängig, als vielleicht die Konvention in der Landwirtschaft. Ich habe Ihnen jetzt mal in dieser Übersicht die wichtigsten Fakten mal zusammengestellt, und zwar zu den ackerbaulichen und ökologischen Funktionen des Humus. Humus ist Speicher- und Transformator für Nährstoffe. Ich habe jetzt nur mal referiert über den Stickstoff. Das Gleiche könnten wir machen mit Phosphor, mit Schwefel, also Humus hat die wichtigsten Kwanzenährstoffe gespeichert, und beim Stickstoff ist es so, dass 95 bis 98, manchmal 99 Prozent des gesamten Stickstoffs befinden sich hier im Humus. Humus ist Filter und Puffer, da möchte ich jetzt noch nicht so sehr drauf eingehen. Ich möchte auf diesen Punkt jetzt sprechen können. Humus ist eine Senke für CO2, spielt also im globalen Kohlenstoffpreislauf eine eminent wichtige Rolle. Das schauen wir uns nochmal an. Und fördert die biologische Aktivität, das haben wir schon gesagt, und dient dem Aufbau eines günstigen Wohnengefüges. Hier gibt es noch einen Begriff, der ist auch wichtig. Das ist die Aggregatstabilität. Unter dem Einfluss der Bodenorganismen, der Bodenbakterien, der Pilzhüfen und so weiter, aggregiert der Boden, bildet Krümel. Krümelstruktur haben Sie vielleicht schon mal gehört. Und das Krümelstruktur entsteht nicht durch Bodenbearbeitung, sondern durch die Lebensstätigkeit. Es gibt dafür einen wunderbaren Begriff, den Begriff der Lebendverbauung. Der Lebendverbauung. Das heißt, die Organismen schaffen dieses Gefühl. Und das ist eigentlich so das Beste, was man erreichen kann, ein Krümelgefüge. Und das steht wieder im Zusammenhang mit dem Humus. Aber jetzt möchte ich diesen Punkt näher beleuchten. Das überspringe ich jetzt mal aus Zeiträume. Und ich möchte dieses Mal berichten. Was sehen wir hier? Wir sehen hier einen im Prinzip dargestellt, den Kohlenstoffkreislauf. Ich fange mal an mit der Atmosphäre. Hier haben wir das CO2. Das Klimathema. In der Atmosphäre finden wir derzeit etwas über 400 ppm. Die maßanheilenden ppm, das sind Parzkanälen. Das ist der Stand heute. Jedes Jahr, in den letzten Jahrzehnten, gut nachvollziehbar, aber dieses Jahr wird es wieder so sein, steigt dieser Wert etwas an. Vorindustrie, wir gehen mal 150 Jahre zurück, war dieser Wert bei 270. Also er steigt und steigt. Die Pflanzen selber, wenn sie wachsen, das ist meinetwegen jetzt hier ein Weizen. Der ist grün, der wächst, der erst imiliert macht Photosynthese, nimmt CO2 auf aus der Atmosphäre. Und der Kohlenstoff gelangt jetzt hier in die pflanzliche Biomasse. Und wenn wir eine Analytik hier machen, wenn wir die Trockenmasse untersuchen von den Weizen, dann stellen wir fest, dass wir ungefähr 45% der Weizen-Trockenmasse, des Kohlenstoffen, der stammt, aus der Atmosphäre. Okay. Man kann auch sagen, je besser der Weizen wächst, die Höhe der Ertragung, umso mehr nimmt die Biomasse erst mal auf. Und der Weizen findet eben die Biomasse nicht nur im Kornwasser ernten oder im Stroh, sondern ist die gesamte Biomasse einschließlich der Wurzeln. Und die Weizenpflanze gibt permanent in ihrem Wachstum Kohlenstoffverbindungen mit organischen Säuren usw. ab. Das Feinwurzelsystem erneuert sich, die Wurzeln, Haare usw. Das bedeutet, es gibt einen permanenten Kohlenstofffluss in den Boden von der wachsenden Pflanze aus. Okay. Und dieser Kohlenstoff unterliegt einer regen Umsetzung, das ist dynamisch, aber ein Teil davon wird tatsächlich aufgespeichert in der organischen Substanz. Und das, was nicht aufgespeichert wird, wird verstoffwechselt. Und das ist der Kreislauf, schließt sich dann, und es wird CO2 abgegeben. Das nennen wir auch die Bodenatmung. Die messen wir auch. Es wird also etwas verstoffwechselt. Und in der Natur, in ungestörten System, würde das jetzt auf Ewigkeiten, solange es keine Störung gibt, laufen. Was hat das jetzt mit der Landwirtschaft zu tun? Wenn wir die Relation bilden, das ist hier das Weitere Verständnis wichtig, wenn wir die Relation bilden von dem Kohlenstoff, den wir in der Atmosphäre haben, zu dem Kohlenstoff, den wir in der organischen Substanz im Humus gebunden haben, dann stellen wir fest, global betrachtet, ist alle Böden eingezogen, dass wir in diesem Pool ungefähr dreimal so viel Kohlenstoff enthalten haben, wie in der Atmosphäre, dreimal so viel. Und der Einstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre kommt nicht nur aus der Nutzung fossiler Brennstoffe, sondern kommt ganz wesentlich auch aus der pflanzlichen Biomasse, Abholzung von tropischen Regenblädern zum Beispiel, und aus dem Verlust von Kohlenstoff aus dem Grün. Und deswegen möchte ich mal eine These formulieren für eine nachhaltige Landwirtschaft. Eine wichtige Grundbedingung für eine nachhaltige Landwirtschaft, die wir dauerhaft betreiben können, bedeutet für mich, dass wir diesen Humus reichten und den Kohlenstoffvorrat im Boden erhalten müssen, im Minimum. Und das ist eine ganz große Herausforderung weltweit. Gehen Sie mal davon aus, dass ganz viele Böden weltweit dramatisch Kohlenstoff immer noch verlieren. Und wenn man geschickt arbeitet, und ich werde Ihnen gleich noch zeigen, wie das geht, kann man Kohlenstoff und Humus aber aufbauen. Und solches ist tatsächlich, ich weiß, dass es geht. Das können wir schon machen. Das muss man vielleicht auch wollen. Und ein Beispiel dazu, das ist jetzt noch Theorie, das ist jetzt Realität. Wir haben Computermodelle entwickelt. Wir können, wenn wir das heute in Bayern gehen, den landwirtschaftlichen Betrieb analysieren. Wir haben die Systeme. Hier haben wir mal einen Betrieb analysiert. Das ist ein ökologischer Betrieb. Das versucht gut Scheiern. Vielleicht kennt jemand Scheiern. Scheiern ist ja ganz gut. Und Scheiern hat man geteilt in einen ökologischen, einen konventionellen Teil, damals zumindest. Und hier haben wir das, was ich eben theoretisch dargestellt habe. Hier haben wir das quantifiziert in maß und zahlen. Ein Ökobetrieb, der hat Tierhaltung, der hat hier Rinderhaltung, hat eine ganz tolle Fruchtfolge mit Leguminosen, eine artenreiche Fruchtfolge. Und unter Berücksichtigung aller Flüsse von der Assimilation bis über den C-Umsatz in den Boden kommen wir zu einer entscheidenden Größe. Ich habe hier auch mal ein Krimöl drum gemacht. Das ist diese hier. Der Äther S und C soll organik haben. Und das Ergebnis dieses Rechengangs gesagt, dass wir hier damit rechnen können, dass wir eine positive Kohlenstoffbilanz haben. Diese Böden hier bauen Kohlenstoff auf. Und wir haben in dieser Versuchsstation Invest-System, um das nachzuweisen, dass das nicht nur Theorie ist, sondern Realität. Also dieser hier geschätzte Wert, nicht auf die Komma-Stelle genau oder so, aber von der Größenordnung hat es nicht gezeigt. Zweites Beispiel, Gleiterbetrieb, Gleiterstattung, das konventionelle System sieht ganz anders aus. Und das ist nicht nur der Vergleich, wo konventionell sind, hier kommt man hinzu, dass es ein Betrieb ist, ein sogenannter Marktfruchtbetrieb. Er hat kein Gegeben. Nur Marktfrucht, nur Pflanzenbau. Die Fruchtfolge ist wesentlich ärmer. In der Hellkannel-Juminose ist einfach noch Mais, Weizen, Kartoffel, Weizen. Es schließt ja auch viel Kohlenstoff. Die Assimilationsleistung ist hoch. Das ist hier Stroh- und Kohlendüngung. Und trotzdem ist es so, das ist jetzt der entscheidende Punkt. Delta S und C ist nicht positiv, sondern negativ. Also hier hat man ein anderes Management, eine ganz andere Funktion. Und diese Böden bauen also nicht um was auf und akkumulieren den Kohlenstoff. Es ist ja wohl also keine senkliche CO2, sondern eine Quelle. Wir haben also eine Quellen- und Senkelfunktion, je nachdem wir etwas in die eine Richtung treiben oder in die andere Richtung. Wir haben es immer in der Hand. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen Theorie bemühen. Da muss ich meine Studierenden auch noch mal neu, in Spanien. Geht es jetzt mal um die Langzeitdynamik vom Prinzip her die, wie läuft es eigentlich und wie schaut das aus? Dazu muss man folgendes sagen, ich habe über Logos keine Zeit ein Bein geschrieben, aber ich sage Ihnen das mal dazu. Wir reden jetzt nicht über Tage oder Wochen. Wir reden auch nicht über Jahre, sondern wir reden über Jahrzeiten. Also diese Humus-Dynamik spielt sich wirklich im Jahrzehnten, wenn nicht gar im Jahrhunderten ab. Das ist hier die organische Substanz, Humus oder Kohlenstoff, was immer Sie wollen. Jetzt gehen wir mal von einer Ausgangssituation aus. Es könnte in Deutschland, könnte es sein, in Bayern, es könnte ein Grünlandstandort sein. In der umrechenden Ackerland. Oder es könnte auch ein naturnaler Standort sein. Wir fangen an, zum ersten Mal Ackerbau zu machen. Wir haben also hier einen gleichküppigen Zustand, ein Steady State. Und jetzt beginnt der Ackerbau. Aber das ist hier zugegebenermaßen ein einseitiges System. Wenn einer da vielleicht nur Mais-Meistern baut oder sowas, intensive Bodenbearbeitung macht wenig Glück. Dann würden jetzt die Werte dramatisch herunten gehen. Aber, Sie sinken nicht auf null, erstaunlicherweise. Sie pegeln sich hier ein. Der Zeitraum, der hier vergeben kann, das können 20 Jahre oder vielleicht vielleicht auch 50 Jahre sein. Und dann haben wir tatsächlich ein neues schließgleichgewicht, natürlich auf dem viel niedrigeren Niveau. Wie kommt dieses schließgleichgewicht zustande? Das kommt dadurch zustande, dass das, was hier übrig bleibt, nahezu die Herbe ist. Das ist umsatzbar. Das ist so stabilisiert, dass es übrig bleibt. Da können Sie machen, was Sie wollen. Wir verlieren irgendwann auch, aber in sehr, sehr langen Zeiträumen, nicht in diesem Betrachtungszeitraum. Und wenn man jetzt der Meinung ist, das gefällt mir nicht, bei dir ist die Bodenfruchtbarkeit schlecht, da hast du alles schlecht. Und man möchte wieder das steigern, dann kann man das tun. Und an dieser Stelle sind wir in vielen Systemen weltweit, dass wir sagen können, je nachdem, was wir machen, wir wollen ein besseres Management, ein humusfreundliches, das kommt dann gut. Die Fruchtholge optimieren. Vielleicht überhaupt zu einer Fruchtholge wieder. Organe stimmen. Die Bodenbearbeitungsintensität reduzieren, konservierte Bodenbearbeitung direkt zu haben. Und viele Möglichkeiten, das anzureichern. Und je dramatischer die Veränderung ist, umso mehr, können Sie wieder anreichen und dann haben Sie irgendwann ein neues Schließteil für mich. Auch hierzu ein praktisches Beispiel. Ich habe hier einen ganz tollen Datensatz. Der kommt nicht aus Deutschland, sondern aus den USA. Und der beginnt im Jahr 1910. Gut. Das ist hier aufgetragen wieder der Kohlenstoffeinsmaß-Humus. Das war ein Kredi-Boden, der noch nie in Nutzung war. Und dort hat man angefangen, Ackerbäude zu betreiben. Mit dem war mal die Möglichkeiten sehr intensiv geackert, geflügt und so weiter. Und Sie sehen, die Werte rauschen ab, die gehen dramatisch schneller. Hätte man nun 10 oder 20 Jahre nur gemessen, das machen ja einige, und hätten jetzt extrapoliert, dann hätten wir ausgerechnet, wann die Werte ablösen. Das tut aber nicht, sondern hier stabilisieren Sie sich auf in dem Fall 53% des Ausgangswerts von 1907. Da verharren Sie, das ist so ein bisschen spannend. Und da hat man ein bisschen wieder Anreicherungen, die kamen vor allen Dingen dadurch zustande. Ein typisches Szenario, wo ich sage, man hat die Wohnbearbeitungsintensität reduziert, also nicht mehr gepflügt, fluglos gewirtschaftet. Und jetzt kommt ein spannender Punkt, nämlich, man hat jetzt mal versucht, in die Zukunft zu schauen. Man hat dazu ein weltbegrüßendes Modell verwendet, das ist das Century-Modell. Und da kann man anderen treffen, also was wäre, wenn wir so, so oder so wirtschaften. Und siehe da ist es tatsächlich möglich, eine Humusanreichung noch wieder hinzubekommen. Es gibt gerade in den USA, wie Kanada, jetzt extrem viele Untersuchungen dieser Art. Und daraus geht ja vor, dass viele Böden dort 30, 50 oder vielleicht sogar 70% des ursprünglichen nativen Kohlenstotts verloren haben. Das heißt, hier gibt es tatsächlich die Chance und Möglichkeit der Wiederanreichung. Und die Technologien, wie man das machen kann, das zeige ich Ihnen gleich, die habt ihr ja eigentlich die Kettengegen. Gut. Wie viel bedeutet das jetzt im globalen Kohlenstoffkreis? Aber wie viel gibt es ärmsten, in den Abschätzungen, in sehr guten Zeitschätzen, dass es publiziert. In der größten Ordnung sind es, je nach Auto und je nach Kalkulationsgrundlage, 20, 25% des heute imitierten CO2. Das können Sie über viele Jahre rückspeichern in den Böden. Sie können nicht alles rückspeichern. Das heißt, über Humusaufbau können Sie das Problem allein nicht lösen. Sie können aber einen ganz wesentlichen Anteil damit leisten. Mit anderen Worten, die Landwirtschaft ist nicht nur Teil des Problems, die man manchmal hört, mit den Treibhausgasen. Die Landwirtschaft und Landwirtschaft, man ist eigentlich auch Teil oder kann Teil der Lösung sein. Nächster Punkt, wenn das alles so wichtig ist, wie ich behaupte. Was sind denn nun die Strategien, die Baulichtung, Bodenfruchtbarkeit und Humusaufbau oder wovon ist es im Einzelnen abhängig? Dazu muss man Folgendes noch erwähnen. Die Humusgeheime in unseren Böden, Böden sind ja Naturprodukte, die sich ja auch entwickeln. Die sind ja nicht entstanden unter dem Einfluss der packerbaulichen Nutzung, sondern die sind natürlicherweise entstanden. Und hier ist ein ganz wesentlicher Einflussfaktor, ist die Bodenart, der Feinanteil. Ich übersetze Ihnen das jetzt mal dem Lichter. Es ist die Frage, ob der Boden sandig ist oder ob er schluffig ist, der Lehnboden, oder ob es ein Tonboden ist. Auf den ärmsten Sandböden, das sehen Sie denen schon an, die sind so hell, die können wenig Wasser halten. Dort haben sich zum Beispiel wenig Humus. Vom Relief, von der Oberflächengestalt, vom Klima hin. Das sagt, wir wissen heute sogar, dass wenn sich das Klima ändert, dann hat das eine Rückkopplung auf die Humusgeheime, die ändern sich dann auch. Und der natürliche Pflanzenbestand, also das ist prägend für den Humusgeheime. Und von den Managementfaktoren, die wir haben, von den Anbaumaßnahmen, steht hier an Nummer 1, und das ist das Wichtigste, die Anbaustrukturen und die Fruchtgruppen. Wir müssen wieder dazu übergehen in der gesamten Landwirtschaft. Artenreiche, diverse, unser Thema hier ist ja auch Biodiversität, und Biodiversität muss eben auf den Äckern kursieren. Wir brauchen artenreiche Fruchtfolgen, und innerhalb der Fruchtfolgen gibt es einige Pflanzen, die besonders Humusmeeren wirken. Dazu zählen Gräser, Liguminosen, und die haben Gemenge, Luzerne, Rotfee, Gräser, damit können Sie Humus akkumulieren. Dann haben wir den Bereich der Düngung, hier ist vor allen Dingen zu erwähnen, die Wirkung der organischen Dünger, Komposte zum Beispiel, auch Grünschnittkomposte, Steilmisskomposte, damit können Sie Humus anreichern, und Sie können durch die reduzierte Bodenbearbeitung auch etwas Positives bewirken. Letztlich ist es so, dass zwei wesentliche Faktoren die Humusmenge im Boden steuern, das eine ist der Input, also die Menge und Qualität der zugeführten organischen Substanz, und das Zweite ist die biologische Aktivität und die Mineralisation bzw. Humifizierung, und die wird sehr, sehr stark dadurch bewegt, ob ich dort eine intensive Bodenbearbeitung mache oder nicht, davon hängt das sehr stark an. Gut, nach diesen Vorbemerkungen kommen wir auch wieder zu einigen experimentellen Ergebnissen, das Ergebnis aus der Praxis, das ist eine Arbeit, die war extrem aufwendig, und eine ehemalige Doktoratin von mir, die Guterheuer, die steht auch an Nummer 1 oben in der Publikation, die hat hier nicht ganz allein, sondern es war noch ein ganz guter Fahrer, die notwendig, die hat Folgendes gemacht, sie hat eine Deutschlandreise gemacht. Jeder Punkt, den Sie hier sehen, ist ein Betrieb, irgendwo in Deutschland, und wir haben mit dem Zusammenhang auf der X-Achse aufgetragen, der Feinanteil. Der Feinanteil bedeutet, das sind die feinsten Teilchen in dem Boden, die Tonteilchen und die Feinschluftteilchen. Man kann auch sagen, von links nach rechts werden die Böden eigentlich immer besser, das sind die sandigen Böden, und das sind die viel ertragreicher und besseren Böden, und hier haben wir den See-Orga halt aufgetragen, und wir können erkennen, dass es hier eine super Beziehung gibt, es gibt eine Variabilität, je nachdem, was die Landwirte dort auf hier leckern, für Managementmaßnahmen, was sie für Fruchtfolgen haben, wie sie dümmen, aber der grundsätzliche Zusammenhang ist hier sehr schön zu erkennen, also je höher dieser Feinanteil, umso höher die See-Orga-Erde. Wir haben das Datenmaterial aber differenziert, wenn Sie hier drauf schauen, die schwarzen Punkte, das sind Ökometriebe, und diese hellen Kästchen, das sind konventionelle Betriebe, und die haben immer ein Pärchen gebildet, hier eine Fläche, dort eine Fläche, dazwischen vielleicht ein Feldweg, also direkt nebeneinander, sodass wir an den einzelnen Standorten die Vergleichbarkeit haben. Und hier sehen Sie es, hier oben ist es mal ganz eindeutig, es ist nicht immer so klar, häufig, nicht immer, aber häufig, haben die Ökobetriebe höhere Humus-Gehalte. Das heißt, die konventionellen, wenn wir das statistisch auswerten, haben wir hier die zwei Regressionsgeraden, und hier haben wir eine Differenz von ungefähr 0,2% Kohlenstoff. Das ist das Mehr, was wir finden in den Ökobetrieben. Da stellt sich eigentlich die Frage, wie können das sein, wie sagen wir, die Ökobetriebe im Schnitt Höhere Humus-Gehalte, wie kommt das zustande an? Und das hängt im Wesentlichen an der Fruchtfolge. Das ist der wesentliche Einflussfaktor, weil die Ökobetriebe im Schnitt 10, 20, 30, manchmal sogar 40% Klee-Gas in der Fruchtfolge haben, damit haben sie Bodenruhe, damit haben sie ein intensives Wurzeln-System. Und das ist der ausschlaggebende Faktor für diese Differenz. Und ich vermute, das passt auch sehr gut zu internationalen Studien. Bisher ist es interessant zu gucken, wie sich das weiter differenziert, denn hier muss man sagen, die Betriebe haben vor 10, 15 Jahren vielleicht umgestellt, und es kann sein, dass sich das weiter herauszummen und zählt. Ich habe hier noch eine grüne Linie dazu, die blende ich jetzt mal ein. Nein, das ist ein sogenannter Bodenfruchtbarkeits-Säule. Es gibt eine umfangreiche Hukus-Forschung, die hat man sich mal Gedanken gemacht, wie sollte so der Mindestgehalt sein von Hukus, was kann man fordern? Und da liegen die konventionellen Betriebe ungefähr da drauf, vielleicht gleich drüber, aber die Ökobetriebe sind deutlich besser. Beispiel aus der landwirtschaftlichen Praxis, ist auf einem Biohof, auf einer Fläche analysiert worden, und zwar der Landwirt, das ist der Sepp Braun. Kennt jemand den Sepp Braun zufällig an? Okay, ich nehme die Frage zurück, also natürlich Deutschlandleiter und sogar international bekannter Sepp Braun, ein Biobauer am Stadtrand von Freisen, und der zieht halt alle Register, die man ziehen kann, die Kurswirtschaft, sein Betriebsziel ist auch mit, tatsächlich, den Jungsaufbau, der lebt das auch, und das ist eine Arbeit, die hat seine Tochter verbracht, das ist die Michaela. Und der Sepp Braun hat sich inspirieren lassen von einer Wurzelforscherin, von der Frau Putschera, und da hat man sich vorher überlegt, was ist der ideale Aufbau der Pflanzengesellschaft? Das hat übrigens auch das mit Biodiversität zu tun, und er hat hier Arten und Gemenge, und das kann man eben machen, man muss ja nicht die Mischung kaufen, die angeboten wird, man kann auch mal 20 Arten kombinieren, und die Pflanz, die am tiefsten gehen, das ist Medikargold, das ist die Mischung. Aber wenn Sie entsprechende Standorte haben, dann geht die nicht nur 2 Meter, sondern 2,50 Meter, 3 Meter noch tiefer, kann also sehr tiefe Schichten erschließen, wie aber der Heck im Gern, dass wir das gesamte Bodenprofil intensiv durchwurzeln wollen. Diese Bestände sind auch hoch ertragreich, die bringen sehr hohen Ertrag und haben sehr, sehr hohen Vorfruchtwerden und viele andere positive ökologische Wirkungen. Aber jetzt bezogen auf den Humus, haben wir hier, nur dass Sie mal ein paar Zahlen sehen, vielleicht sagen Sie Ihnen das, vielleicht noch nicht, das sind so mittlere Annahmen, dass man sagt, 600 bis 800 Kilogramm Kohlenstoffakkumulation, das ist dann Standardwert aus den Lehrbüchern, kann man sagen. Wenn wir aber so hohe Erträge haben wie hier, dann können wir doch wesentlich höheren, Kohlenstoff- und Humusanreicherungen rechnen. Hierzu sage ich Ihnen jetzt mal folgendes, das ist jetzt meine Lehrmeinung, basierend auf ganzer Zielmessungen. Wenn man wirklich Humus aufbauen möchte im Boden, ist das die allerwirksamste Maßnahme. Und die Schweizer nennen das eine Kunstwiese und das Geheimnis ist nicht nur das Wurzelsystem, sondern das Geheimnis ist auch, dass man so einen Klee-Gasbestand auch mal 1,5, 2,5 Jahre oder mit Zahnen sogar noch länger nutzen kann. Und der Boden kann sich in dieser Zeit regenerieren und erholen. Und auch die Regenwurmpopulation, für die ist das hier eine fantastische Situation, gerade die Tiefgräber, werden sich hier sehr schön vermehren können. Der Gegenspieler, so ein bisschen, das ist der Mais. Das ist immer mal so eine Maispflanze und Mais gilt schlechthin oder weithin als Humus zährende Kultur. Wobei man da aber einen schränkend auch wieder sagen muss, es gibt auch unterschiedliche Situationen, die man Mais anbauen kann. Der Mais an sich ist ja nicht per se schlecht. Hier haben wir einmal eine bodenschonende Variante in einer unserer Versuchtsstation in Viehhausen. Und hier haben wir experimentiert mit Weißklee. Die Kunst besteht darin, dass die Konkurrenz hier zu beherrschen, aber das ist eine bodenschonende Variante. Wir haben den Weißklee dabei, der fixiert war ein bisschen Stickstoff. Und sowas kann man eben auch machen. Nichts ins Beispiele, das ist wieder die Versuchtsstation Scheier. Hier haben wir ein Feldexperiment gemacht. Und hier geht es jetzt um den Einfluss der Bodenbearbeitung. Wir haben drei Bodenbearbeitungssysteme. Das Standardsystem der Pflug. Da wird also rauf und runter gepflügt. Und wenn er gepflügt wird, der Pflug ist das einzige Bodenbearbeitungsgerät, wo Sie eine fast verständliche Bodenwendung haben. Das heißt ja hinterher den Schwarzen Acker. Wenn Sie auf den Schwarzen Acker schauen, dann wissen wir, hat jemand gepflügt. Dann haben wir den Gruber. Dieses System nennen wir die konservierende Bodenbearbeitung. Beim Gruber bewegen Sie auch viel Boden. Sie können auch relativ tief bearbeiten, aber Sie drehen Ihnen nicht alles um, sondern makroorganische Substanz bleibt an der Boderoberfläche. Und die Minimalvariante, das ist fast eine Direktsaat, das heißt, man bewegt dort ganz, ganz wenig Boden. Und den Effekt sehen Sie hier. Das ist wie so ein Ausschnitt aus dem Bodenprofil. Das sind die oberen Zentimeter. Und hier gehen wir in die Tiefe bis 25 Zentimeter. Sie können hier unschwer erkennen, dass wir einen ganz unterschiedlichen Verlauf haben und dass wir bei den reduzierten Systemen mehr Kohlenstoff haben. Das ist ein Ergebnis von 13 Jahren, im Jahr 1992, weil der Versuch angelegt ist, das ist gemessen, 2005. Das ist eine fruchtvolle, ohne leguminose Mais, Winterreize, Karten mit Winterreize. Und ich möchte Ihnen auch hier wieder ein paar Zahlen präsentieren, wenn wir jetzt den Kohlenstoff, die Kohlenstoffmenge neben hier in den oberen 20 Zentimeter, 25 Zentimeter und hat die Flugvariante rund 40 Tonnen, die grobe Variante 45 und die minimale Variante über 50 Tonnen. Und was noch wesentlicher ist, ist es eine Variante mit einem fetten Minuszeichen, während wir hier tatsächlich C-Ammulation hinbekommen haben. Das heißt, es ist nicht nur die Frage der Fruchtfolge, die Fruchtfolge ist total wichtig, sondern es gibt auch noch eine Wechselwirkung zur Bodenbearbeitung. Was sollten wir überhaupt nicht machen? Minimal bewegen wir hier in jedem Fall die oberen Zentimeter. Das ist keine Direktsaal, sondern wir bewegen ganz, ganz schlach, bewegen wir ein bisschen den Boden. Innerhalb der Fruchtfolge gibt es aber auch mal Situationen, wo wir gar nicht bearbeiten, sondern nach der Saat, nach der Erde sofort aussehen. Situationsabhängig. Deswegen ist es keine echte Direktsaal, sondern das ist nicht immer. Für was sollte man tun, wie es vermeiden? Das ist ein Versuch, da war ich früher mit dabei im Erzgebirge auf 700 Meter Höhe in etwa. Und hier hat man mal den Effekt, sieht man hier eines Grünlandumbruchs. Ich muss dazu sagen, wir wussten damals gar nicht, dass es sich um einen Grünlandumbruch handelt, denn das war eine Fläche, die hat uns ein Landort gegeben und später hat er uns dann verraten, dass es mal Grünland war. Wir haben die als Ackerfläche übernommen und dann hat sich diese Dynamik ergeben. Das heißt, hier haben wir jetzt den Stickstoff, aber genauso viel sich das mit dem Kohlenstoff. Die Varianten sind unterschiedlich. Die Varianten sind alle abgerauscht, die haben unheimlich viel verloren. Und auch hier habe ich Ihnen mal eine Zahl mitgebracht. Also über 20 Jahre gerechnet sind dort 2200 Kilogramm Stickstoff nettomineralisiert worden. Und in der Anfangsphase war das noch viel mehr. Und dieser Boden hat sagen, ich schreibe 22.000 Kilogramm Kohlstoff in den Grünland-Acker-Szenario. Und die Fruchtfolge war hier Kartoffeln, verheizten Feldgras. Das heißt, das war nicht mal ein radikales Szenario, wenn man jetzt hier noch Mais, 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 gebaut hat, weil das dann schütteln kann. Das heißt, hier haben wir einen Verlust von 4.000 Kilogramm CO2 je Hektar stammt. Ist das jetzt ein abhängiges Szenario? Nein, ist es nicht. Im Zuge der Ausdehnung der Biogaswirtschaft in Deutschland sind zehntausende Hektar Grünland umgebrochen worden, um an Schlesen Mais anzupassen. Das untersuchen wir auch. Wenn man sieht, welchen Gewinn bringt eine Biogasanlage, wie viel Kohlenstoff kann man da ungefähr je Hektar gewinnen, dann entspricht es ungefähr diesen 4.000 Kilogramm. Das heißt, bestenfalls ist das ein Nullsummenspiel. Und da hätte man drauf achten müssen, eigentlich bei der Anlage der Biogasumlage, dass man dieses Szenario vermeidet. Das ist ja nicht nur in Bayern, passiert das auch in Schleswig-Deutschland an vielen Standorten. Aber unabhängig von der Biogaswirtschaft sollte man eben aufpassen, dass wir die wertvollen Grünland-Standorte als Grünland-Standorte benutzen. Viele Grünland-Standorte sind absolutes Grünland. Das heißt, da bietet sich eben ein solches Szenario. Ja, also es gibt ganz, ganz viele solche Szenarien für Grünland-Wirtschaft. Beim Grünland ist es so, der Acker ist ständig bedeckt. Sagen wir mal, wie wir ihn dann. Sie haben ständig Pflanzen und bei jeder Gelegenheit, wo Sie assimilieren und stoffwechseln können, da tun die das auch. Das Schlimmste für Humus ist der schwarze Acker. Schwarzen Acker sollte es eigentlich fast nie geben oder nur in bestimmten Situationen, weil dort die Mineralisation läuft und aber keine neue Zee-Einträge. Deswegen habe ich diesen Kohlenstoffkreislauf gezahlt. Das eine ist, kann man in der permanenten Bedeckung ständige Aktivität der Pflanzen und dann kommt da ein ganz wesentlicher Faktor dazu, es fehlt auf dem Grünland die Bodenbearbeitung. Da ist niemand, der mit dem Flughafen runterfährt und ständig den Boden dort bewegt, sondern der Boden ist einfach mal sich selbst überlassen, die man hier viele Jahre entdeckt und man keine Grünland-Erneuerung macht. Das ist eigentlich der springende Punkt. Also dieses Ergebnis steht nicht für sich allein, sondern da gibt es ganz, ganz viele Beweise, dass das ist. Im positiven Sinne, jetzt haben wir wieder das Positive. Ich habe gesagt, die Biogasanlage ist bestenfalls wenn wir zunehmen spielen. Bei diesem Szenario, nicht genau. Nicht genau. Meine Frage wäre, warum hat man solche Sachen nicht vorgegangen? Man hat es früher gewusst, aber man wird nicht immer gefragt. Oder wenn man gefragt wird, als Wissenschaftler, wird man nicht immer geantwortet. Es wird doch immer Expertenkommission eingesetzt. Also da haben wir das mit den Grünland, die Warnung mit den Grünland, das ist kein neues Phänomen. Schauen wir mal, wir haben das 1996 publiziert, das kann jeder machen. Heute Doppelkrieg, man biebt diese Publikationen runter, jeder kann das lesen. Das ist kein Geheimnis. Also in Grünland umzubrechen und Reisland zu bauen für eine Biogasanlage, dass das kein tolles Szenario ist. Das kann jeder... Beratungsresistent, sozusagen. Die Politik ist beratungsresistent. Ich will nicht mal sagen, also die Biogasanlagen, es gab eine große Ökonomie. Als die Biogasanlagen entstanden, das war die im Heim. Und ich werde Ihnen gleich noch was sagen zu den Biogasanlagen, man muss sie wirklich differenziert betrachten. Es gibt auch Biogasanlagen mit ökologischen Landbauern, es gibt Biogasanlagen, die laufen tatsächlich auf der Basis von Grünland, die gibt es. Und es gibt Biogasanlagen, die laufen auf der Basis von Kleeplans. Haben Sie da dieses Problem? Nein. Haben Sie das nicht. Es kommt also darauf an, wie die Biogasanlage, wir nennen das jetzt, wir nennen das, wie die Biogasanlage gefüttert wird, also mit welchem Material. Und hier verbietet es sich Einseitigkeiten. Wenn da immer nur Mais, 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 Mais rangeht, ist es nicht toll. Wenn Sie aber die Biogasanlage überwiegend mit Kleeplass oder von Gras von tuttern, dann haben Sie diese Dynamik nicht. Also es ist nicht fair, dass man sagen kann, Biogasanlagen sind immer schön. Das stimmt einfach nicht. Es kommt darauf an, wie man mit den Biogasanlagen umgeht. Und die politische Planung war ja das war mit 50 Kilowatt geplant und jetzt sind Sie auf 1.000 Kilowatt angestiegen. Das war ja ganz andere Intention. Ja, sagen wir mal, die schiere Größe der Anlage ist auch nicht das alleinige Problem. Man kann auch eine 500 kW oder eine MW-Anlage betreiben, aber die Anlage muss in Beziehung stehen zur Fläche. Genauso wie die Tiere in Beziehung zur Fläche stehen können. Und wenn die Anlage völlig überdimensioniert ist, bezogen auf die Fläche, dann entstehen halt auch die Probleme mit der Biogasanlage. Das sind bis zum Schluss sind das auch einfache Wahrheiten. Ja. Ja. Aber dann gibt's Ergebnisse ohne Ende. Also ich habe Ihnen ja jetzt, ich habe Ihnen mal ein Thema dabei tun muss und ich habe ein bisschen was dieser Ertrag erzählt, aber nicht so viel. Wir haben natürlich in diesem Versuch, wenn ich nochmal zurückgehen darf, hier haben wir die rechte Erträge aufgestimmt. Die Siegervarianten sind die beiden Ersten. Und das ist nicht selbstverständlich. Also Flug- und Oma-Varianten bringen an diesem Standort entscheidend den gleichen Ertrag. Es stand damals sogar in der Hypothese, dass die Flugvariante den anderen Varianten überlegen ist. Diese Variante hier hinten bringt nicht den höchsten Ertrag. Und das ist aber an diesem Standort so. Vielleicht nochmal ein Hinweis, ich will es jetzt nicht so kompliziert machen, aber es ist tatsächlich so, dass in der ökologischen Landwirtschaft zum Beispiel, was man nicht so weiß als Laie, noch relativ viel gefühlt wird. Und das hängt eben damit zusammen, dass wenn man den Boden pflügt, das ist auch nicht nur negativ, man bringt Luft rein, man bringt Bewegung rein in den Boden und das führt auch zu einer sogenannten Stickstoff-Mineralisation. Das heißt, auf der einen Seite wird Humus aufgebaut und dort wird Humus auch wieder verbraucht und mineralisiert und dabei werden Pflanzen, Nährstoffe freigesetzt. Und die Pflanzen können das auch nicht, sodass es innerhalb einer Fruchtfolge so eine Art Dynamik gibt. Es gibt aufbauende Prozesse, zum Beispiel unter Kleegras und dann kommt vielleicht ein Weizen und eine Kartoffel. Wir würden wissen, dass wir das mineralisieren, das ist doch gar nicht weiter schlimm. Also es muss nicht in jedem Jahr zu einer Humus-Akkumulation kommen. Und es kann sogar sinnvoll sein, auch zu fügen an die Biolandwerte machen, also nicht nur um dort Stickstoff zu mineralisieren, sondern es ist eben auch ein wesentliches Element, um die Ackerbegleitkore zu regulieren. Also man muss es mechanisch machen, wenn man keine anderen Möglichkeiten hat oder nicht einsetzen will, muss es halt mechanisch auch reguliert werden. Und das hat auch was mit Pflanzgesundheit zu tun. Es gibt natürlich Biolandwirte, wenn wir jetzt nochmal auf unsere Brauensersprache kommen, die das sind, wir kommen schon seit 20, 25 Jahren nicht zu flügen, die gibt es. Aber sehr viele Biolandwirte flügen gegen Ordnung, das muss auch nicht grundsätzlich schädlich sein für den Boden. Muss es nicht. Ich mache noch ein ganz kleines bisschen leid, aber gar nicht mehr fern. Nur noch sieben Minuten, dann komme ich mal ganz schnell vielleicht noch zu einem Fahrzeug, jetzt überspringen wir mal. Diese eine Nachstellung schaut uns noch an, weil die ist auch zentral und da können wir noch ein bisschen diskutieren. Einer der ältesten Versuche auf der Welt, wo es hängt, steht. Der älteste Versuch in Deutschland, das ist der, wenn Sie mal die Chance haben, in Halle an der Saale an der Martin Luther Universität, gibt es den ältesten Versuch, das ist der E.W. Roggenbaum. Und die hat fast die gleichen Versuchsvarianten. Und was hat man hier gemacht? Das ist nochmal so eine Dynamik, das war der Ausgangswert 1850, schauen Sie mal. Damals hat man sich darüber schon Gedanken gemacht. Das ist die ungedüngte Variante, das ist natürlich schlecht. Das eine rein mineralisch gedüngte Variante, die ist fast genauso schlecht, bringt es halt nicht. Aber was ist hier passiert, das ist noch ein Moment spät, man hat den Wert, also mehr als hat man verdreifacht. Das ist die Wirkung von Steilmiss. Steilmiss-Düngung bringt also diese Anreicherung. Und was hier die spektakulärste Variante ist, ist diese hier. Und zwar hat man von 1850 bis 1871 hat man Steilmiss gedüngt und hat man wieder aufgeräumt, um zu sehen, wie ist die Nachwirkung und wie lange hält die. Das hätte ja sein können, man reichert das an und hört man wieder auf und ist ein Rapport. Das passiert aber nicht, sondern es gibt Stabilisierungsprozesse. Und Sie sehen noch 100 Jahre später, da sehen Sie das noch. Und genau das gleiche, genau die gleiche Variante, das gleiche Szenario gibt es in Halle an der Saale. Und das ist ein spektakulärer Versuch, den kann man sich mal anschauen. Also ich habe Ihnen jetzt mal so einen ganz kleinen Ausschnitt gezeigt über Humus und organische Substanz. Ich bin gar nicht so weit gekommen, wie ich wollte, aber das macht auch nichts. Also ich denke, für die Diskussion ist es anregend. Ist es dann Steilmiss, aber nicht Gülle? Nein, Steilmiss und Gülle sind nicht das gleiche. Sind nicht das gleiche, was das so unterscheidet. Steilmisse sind die festen und flüssigen Ausscheidungen der Tiere. Daraus entsteht die Gülle, wenn man nichts macht. Beim Steilmiss ist es aber so, dass die Tiere ein schönes Lager haben. Die lagern auch Stroh und bewegen sich da drin. Und wenn Stroh dazu kommt, dann ist es so, dass das Stroh nimmt die Harnflüssigkeit auf. Je mehr sie einstreuen, kann es auch vollständig aufnehmen. Und das ist aber nicht nur das, dass der Harn jetzt gebunden ist, sondern Stroh hat jeder bestimmte Eigenarten, hat ein breites Zehens. Und dann gibt es den Umsetzungsprozess in der Steilmissbrotte, so nennt man das, Steilmisswahrung oder Steilmisskompassierung. Und da entsteht auch noch Wärme, das sind mikrobielle Umsetzungsprozesse. Sie entstehen in der Steilmissbrotte Rumin statt Vorstufen, die dann für die Jugosbildung wichtig sind. Und in der Steilmissbrotte gibt es eine Art Hygienisierung. Unkrautsamen werden abgetötet, Krankheitserreger werden abgetötet. Deswegen ist die Steilmissbrotte auch in mir nicht wichtig. Und Steilmiss hat schon eine Eigenschaft von Heinz-Küller. Das würde ich jetzt nicht in Einheit machen. Ja, bitte schon. Es gibt ja fast nichts, was wir nicht machen. Also im Augenblick arbeiten wir in dieser Steilmisskompass. Ich verfolge sehr genau die Thera-Peta-Szene. Das kann sein, dass wir demnächst in Vorbereitung selber auch noch mehr in diese Richtung machen. Thera-Peta sagt jetzt nicht hin, was ist es Thera-Peta. Thera-Peta ist ein Phänomen, das hat man nicht gezeigt. Da waren auch deutsche Brunengründe, zum Beispiel was Bayreuth dabei, Amazonasgebiet. Und zwar ist es wie so ein Insellager. Die haben also doch diese Böen, die sind nährstoffarme, humusarme. Amazonasgebiet, die ganzen Nährstoffe sind eigentlich von Biomasse und wenigstens im Boden drin. Das erwartet plötzlich, wenn man da entdeckt, so auf kleineren Flächen, eine höhere schwarze Erde, die Böen, die näher analysiert. Und dann hat man gesehen, dass man hier Menschen beeinflusst. Sie sehen sich überall Tonenscheren und so weiter, das ist jetzt das Boden profilzematisch. Man weiß, dass diese Schwarze der Böen vor 500 Jahren weg ist. Und eine wesentliche Zutat ist die Pflanzenkohle, so etwas wie Holzkohle, so etwas Ähnliches. Aber nicht die Pflanzenkohle allein, sondern die Wissenschaftler sagen, die müssen aufgeladen werden mit Nährstoffen. Das heißt, wir haben dort auch unheimlich viel Nährstoff auf die Flächen gebracht und konzentriert. Wenn man zum Beispiel nährstaatreiches Material hätte, von mir aus auf die Gülle, und würde das jetzt mit der Pflanzenkohle kombinieren, dann muss man das richtige Wissensverhältnis haben. Und man arbeitet jetzt daran, also zunächst ging es erst mal darum, dieses Phänomen auch zu verstehen, wie sind diese Gülle entstanden. Jetzt redet man über Törer, Kreter und Hofer. Also die Zutatierendung kann man zum Beispiel auf dem armen Sandboden in Brandenburg, 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 in Brandenburg. Das wäre ja zu verlockend oder faszinierend, daraus jetzt schwarze Erde-ähnliche, fruchtbare Standorte zu machen, mit ganz anderen Eigenschaften. Und dazu fehlen aber noch die experimentellende Weise, also wie das genau funktioniert, wie viele Jahre das dauert, unter welchen Bedingungen das passiert, das weiß man noch viel zu wenig. Es gibt erste Ansätze dazu, aber da ist noch viel Forschungsarbeit notwendig letztlich. Herr Grauern hat das Thema, Herr Grauern hat tatsächlich einen Kohlenstoff- und Humusaufbau, das beobachten wir auch. Und er hat heute vielleicht noch eine unheimlich starke Regenbogenbesiedlung. Und beim St. Braun kommen mehrere Komponenten zusammen. Das erste ist, er baut konsequent dieses Queregras an. Das ist der eine Fakt, den ich erläutere. Zweitens, er macht konservierende Bodenbearbeitung, pflügt nicht mehr seit 25 Jahren. Drittens, er hat Rinder auf dem Hof nicht geübt und die produzieren einen Kompost. Das hat er immer schon gemacht, aber neuerdings hat er auch noch ein Agroforst-System. Agroforst-System, genau, ich habe hier alles ein Bild mitgebracht, das sieht so aus, immer so ein Baumsteiger, ein Marker. Aber wenn Sie sich da die Wurzeln anschauen, zum Beispiel von der Pappe, kann ich noch nicht von der Halle oder von der Linie mitbringen. Also, so Streifen drinnen von Bäumen und die Bäume sind zum Wiederaustrieb befähigt und nach 8 oder 10 Jahren werden die zum ersten Mal geschnitten und dann treiben die wieder aus. Die haben auch Windschutzfunktionen, haben eine andere ökologische Funktion. Wir nehmen jetzt die Holzbiomasse und verbrennen das nicht einfach, sondern es geht in einen Holzvergaser. Da entsteht ein Gas und damit betreibt er einen Motor und mit dem Motorgenerator damit macht er Strom und die Wärme nutzt er zum Beispiel, um sein Qualitätszeug zu erzeugen, das Holz zu trocknen. Also eine wunderbare Verwertung. In diesem Prozess entsteht so etwas Ähnliches wie Biochar, vielleicht vom Rückstand über das Schwanzenkohlen-ähnliche, das ist fast etwas Ähnliches. Und das nimmt er und gibt es seinem Kompost zu in der Erwartung, dass er dauernd Stickstoff binden kann und Stickstoffverluste minimiert und einen weiteren Bodenstoff eintopfen. Das heißt, alle Regisse, die man ziehen kann, passieren in diesem Ort, wo die Energie gefragt werden, wo die Verwerfung in den Holzvergaser, dieses Biochar, das finde ich eine Komponente, wobei es meiner Meinung nach nicht die ausschlaggebende Komponente ist. Er hätte auch eine Humusanreicherung, wenn man das nicht machen würde, aber er ist sehr experimentierfreudig und testet das dann raus. Das ist ja auch ein Teil des Wohnsbegehens, das ist ja auch ein Teil des Wohnsbegehens, und so weiter. Okay, also ich finde ja, als Professor, ich mache schon viel Forschung, das ist schon klar, aber ich mache auch sehr viel Ehre. Und das kann in der Einstädter niemand Agrarwissenschaften studieren, der nicht an das Thema, was das hier am einen ist, die sich randen um Agrarökosysteme. Also heute war das Thema Humus, die kriegen aber genauso das Thema Biodiversität unter funktionalen Aspekten, also welche Funktion hat Biodiversität, also die Fotopanette oder was müssen wir machen für die Tratskommission. Zum einen sind wir aus den Studierenden, das ist unser Kerngeschäft und das ist die nächste Generation oder ich habe ja schon fast eine Generation ausgebildet und die tragen das in die Breite und die werden zum Teil auch Lehrer. Das sind ja die Leute, die auch an den Berufsschulen Landwirte mit ausprobieren. Und wir scheuen uns auch nicht, also nicht besonders nicht, viel mit Landwirten zu reden und zu arbeiten. Wir haben eben die ganzen Versuche, die ich Ihnen gezeigt habe, haben wir Beziehungen zu den Betrieben. Ich zeige es euch mal hier, das ist eines unserer größten Projekte. Wenn Sie hier nachsehen, das sind 80 Betriebe in Deutschland. Und dann machen wir unsere Untersuchungen, mit denen arbeiten wir zusammen. Aber Testflächen alles gleiche, was wir in den Versuchen machen, machen wir mit den Betrieben. Ich kenne diese Betriebe fast alle. Und dadurch wissen wir, was in den Betrieben passiert und das sind für uns auch Gesprächspartner und Multiplikatoren. Und wir machen aber noch etwas anderes. Und zwar entwickeln wir auch der Grundlage dessen, dass wir seit Jahren Computerprogramme entwickeln. Und zunächst haben wir die nur einen wissenschaftlichen Anspruch. Und damit können wir all das in den Computer auch simulieren. Mehr oder weniger genau das brauchen wir auf dem Ackerpass. Und jetzt machen wir die nächste Generation dieser Systeme. Und wir arbeiten jetzt gerade daran an einem System oder einem Projekt, das ist der Webmanagement. Der leitet sich ab. Web-basiertes Nährstoff- und Humusmanagement. Und dieses System wollen wir kostenfrei, die dann wird umgeben, den Beratern. Und wer das möchte, kann dieses Computermodell nutzen. Kann die eigene Situation mal durchspielen. Und das geht fast in den Bereich der Pandemie. Also der öffentliche Intelligenz wird es nicht so kompliziert machen. Aber da wird es Empfehlungen geben. Man wird da nicht auf die Humusbilanz rechnen und irgendein Rechnergebnis bekommen. Sondern man wird eine Empfehlung bekommen aus dem Computersystem selbst daraus. Und es sind verschiedene Möglichkeiten, wie wir das Ganze finden können. Also über die Ausführung an der Universität selbst. Für die Universitätsbereiche, die auch schon gelernt wird. Und ich glaube auch, dass wir die Beratung dahingehend verbessern müssen, sind, dass wir auf solche Computerprogramme, eben die Wissenschaften infiziert sind, aber die in Praxis auch in der Ausführung sind. Und wir haben wieder gewusst. Und wir haben wieder gewusst. Ja. 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 Ja, darum. Ja. Ja. Es hat jedenfalls schon stattgefunden auf 250.000 Hektar Deutschland engleic. Und das ist keine Marginalität. Okay, das können Sie unter anderem ausdrucken. Ich zeige, was passiert und was tue ich. Ich habe eine Ausbildung in der Arbeitsschaft, der Arbeitshaus Preistach, mein Sohn und mein Vater ist 1930 mit der Durchschule nach dem Hut erfreut. Und es war immer die Ausbildung vom Boden auf 2011 gestartet und das ist vorbei. Früher hat man automatisch sehr viele Ergebnisse nachbearbeitet. Eben auch zum Stickstoff gewinnen, weil man Stickstoff aus der Luft gewinnt. Und in der Rückfolge hat man das dann angewandt. Da hat sich nichts geändert. Das ist immer das Gleiche. Und ich selber, wir haben ja immer schon, mein Vater habe ich schon so gelernt, natürlich sehr viel inzwischen drückt, ja genau. Also man hat immer gedacht, dass der Rohmuskel hat, den Boden, ja, voll ins Haus reichend ist. Und wenn ich in meiner Betriebszeit Flächen dazugebautet habe, dann hat man natürlich sehr hohl, große, unterschiedliche Qualität. Eben durch den Rohmuskel hat, dass man dann den Boden so weit braucht hat, und dann hat man den eigenen, dass er möglichst 20, 30 Jahre gekommen ist. Und er sieht, wie sie in ihrem Tor drauf gehofft haben, wenn er mal was schlecht macht, man ist dann dauert es ganz lang. Aber ich habe auch bei NRS gehört, dass es jetzt nicht nur auf die Konditionäre oder auf die Büros in der Landwirtschaft abkommt. Es findet eine Wohnung auf die Bauch. Völlig so unterschleicht. Einfach ein Wort. Es gibt jetzt solche deutschlandweite Bodenzustandsverhebung. Da hat man ja erstmal die Ist-Situation. Sie sehen hier ganz große Unterschiede zwischen den Standorten. Das ist wieder natürlich bedingt, aber auch bewirtschaftungsbedingt. Das heißt, sie haben ja sehr, sehr unterschiedliche Werte. Und jetzt kommt es darauf an, das in fünf oder zehn Jahren wieder zu verproben. Dann sieht man auch die Werte zu nehmen oder abnehmen. In England zum Beispiel haben sie abgenommen. Da weiß man es schon. Links ist die Darstellung der Gehalte und rechts ist das, wie es sich verändert hat im Zeitraum 78 bis 2003. Und das sind ganz viele Standorte, die haben C verloren. Und das erstaunlich ist, das hat mich auch fasziniert. Das passiert eben nicht auf Acker-Grünland-Standorten allein, sondern auch auf Böden, die naturnah sind. Und das ist ein ganz deutlicher Hinweis darauf, dass es im Zusammenhang steht mit den Temperaturerhöhungen. Wenn es eigentlich wärmer ist, ungefähr, oder 1,2 Grad, und die Böden sind auch etwas wärmer, dann hat das einen Einfluss auf den Umsatzdynamik der Böden und dann laufen die Mineralisationsprozesse schneller. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir noch mit berücksichtigen müssen, weil das ganze Jahr draußen wussten wir schon vor 25 Jahren. Wir wussten schon vieles vor 25 oder 30 Jahren. Aber es gibt eben doch immer wieder neue Gesichtspunkte, gerade auch im Wechselspiel mit dem Humus. Und jetzt muss ich das schon wieder erwähnen. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Applaus